Leute, haltet euch fest, nicht die Kamera. Habt ihr Bock, mit uns zusammen Mario Kart 8 zu spielen? In einem fetten Turnier gegen andere fette Let's Player? Was jetzt nicht heißt, dass sie fett sind, sondern... Sondern, dass sie episch sind, so wie Dr. Freud, Flo und Frodo und so, yo. Dann habt ihr die Möglichkeit, am 14.08. auf der Gamescom beim Telekom Mario Kart 8 Cup mitzuspielen. Mit uns, in unserem Team. Und dafür müsst ihr euch nur bewerben, mit einem 30 Sekunden langen Video, in dem halt gesagt wird, warum unbedingt ihr in unserem Team sein wollt. Link dazu findet ihr in der Beschreibung, das ist der erste. Da müsst ihr raufklicken, dann auf unser Gesicht und dann so voll das da hinschicken und so. Die Stats sind gelogen. Wir haben Spielerfahrung hoch 50.000. Ja, da steht... In der Aggressivität müssten noch 5 Sterne ran und wir driften 8 Sterne ran. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr auf der Seite seid, also geht einfach auf die Seite und dann... Er war doch ein Todesstern ran. Ja, und wir sind voll episch, Alter. Wir hoffen, ihr habt Bock drauf. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf, also lasst uns zusammen die anderen zerficken und segeln. Die Macht an uns reißen, der Thron gehört uns. Wir sehen uns dann da. Tschüss, Todesstern.